Hi. Hi. Herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Durchgenommen, super High-Fight. Schön, dass ihr wieder da seid. Es war eine längere Pause. Ja, wir haben, ich dachte, es wäre länger gewesen, als es tatsächlich war. Es waren zwei Wochen. Let's watch it, said. Ja, es waren am Ende dann doch nur zwei Wochen. Ich dachte, vier ist aber zu lang immer noch. Wir wollen eigentlich regelmäßig natürlich. Jede Woche bestenfalls mehrere Stunden. Im Moment ist die Penetration gerade ein wenig hart nachgelassen. Lässt zu wünschen übrig. That's what she said. Genau, da kam ein bisschen was dazwischen. Red Dead kam dazwischen, ein paar andere Sachen und so weiter. Aber das soll nicht in Zukunft so weitergehen. Wir wollen es hier wirklich knallert regelmäßig durchnehmen. Ich hab grad mal geguckt, was in der letzten Folge passiert ist. Das letzte war tatsächlich ... dass du den Atmos gelegt hattest, diesen komischen Mönch. Ich wusste wirklich nicht mehr. Wir hatten, stimmt, wir haben dieses eine Ding, wir haben das Schwein bisher gelegt, dann diese eine andere Nummer und dann den Mönch, ne? Genau. Okay. Ja. Und ich weiß aber nicht mehr genau. Wir haben danach hier gelevelt. Das weiß ich auch noch. Aber mehr. Was denn? Nee, ich weiß nicht. Nee, ich hab auch gerade überlegt. Oder ich hab mich gefragt, ob wir noch ein Level haben. Wir können mal gucken. Nee, Moment, da bin ich hier. Da. Reden. Good Hunter. What is it? Eine Frage. Bin ich denn jetzt noch dran? Weil du kannst gerne auch spielen. Ich hab ja den Gegner gelegt. Dann ist das halt die Regel, wer den Gegner legt, danach wird Abgabe, oder wie? Weil er ja ... Hier, ich bin für alles offen. Also wir können ... Irgendein Vorschlag von mir. Mach mal, wir können tatsächlich noch ein Level machen. Welchen sollen wir dann nehmen? Ich hab schon wieder ganz vergessen, wie hier skaliert wird. Wir haben immer Stärke, Ausdauer, Vitalität sind die drei, die wir machen. Wir skalieren aber mit Stärke, ja? Wir skalieren mit Stärke oder was Ausdauer? Ausdauer ist ja was anderes, stimmt. Nee, wir skalieren ... Mit Stärke. Ich glaub, hauptsächlich Stärke, Sekundärwert ist, glaub ich, Geschick. Ich glaub, aber Stärke ist das Beste. Das haben wir bisher immer gelevelt für uns. Und Vitalität und Ausdauer brauchen wir eh immer. Lass mal gerade gucken, ja. Wir leveln eh alles. Nein. Ja, aber das bringt ein bisschen mehr auf den Ersten. Ein bisschen mehr Tinte auf den Füller. Na gut, okay, die Waffen sind natürlich ein Unterschied. Ich find das schon manchmal nicht uninteressant. Manchmal ist der Effekt von einem Level für Vitalität zum Beispiel viel stärker, als wenn du jetzt noch ein weiteres in Stärke haust. In diesem Fall wollen wir aber kämpfen, oder? Deswegen nehmen wir Stärke. Ja, wie gesagt, wir werden die eh alle frei gespielt da. Level, level. Alle Level werden freigespielt werden. Alle level. Jetzt würd ich gerne noch was kaufen. Dazu geh ich hier am besten noch mal zu den Jungs, oder? Das war doch hier. Ich glaube, das war hier. Die bieten mir auch schon ihre wahren Pfeil. Guck mal da. Das ist... Du darfst auswählen, was wir noch vielleicht brauchen könnten. Ähm... Was ist das denn? Neue Wachen ohne Blutechos zu verlieren. Aha. Aha, aha. Zeichen eines starken Jägers. Gegengift. Wenn man relativ guckt, dann haben wir auch ein paar noch. Irgendwann auch mal die Handlaterne vielleicht. Während beidhändiger Waffennutzung spendet sie Licht. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ganz dumm, ne? So dunkle Gegenden. Kiesel, Schniesel. Äh, Blutfion haben wir. Ich geh einmal kurz durch, aber ich denk, dafür haben wir wahrscheinlich gar kein Geld. Nee. Dann bleibt es hier. Ja. Bei diesen Dingen. Wollen wir einfach die Zeichen kaufen? Wenn man mich düngt, die könnte man öfter benutzen. Ja, können wir eins von holen, oder? Oder zwei? Ja, wir haben es ja noch nie ausprobiert. Vielleicht ist das ja auch irgendwie mega dumm. Ja, aber keine Blutechos verlieren ist doch immer geil, oder? Klingt eigentlich mal ganz geil. Ich übernehme die volle Verantwortung für die 400 oder 800, die wir jetzt extra bezahlt haben. Okay, dann machen wir es doch so, oder? Dass wir wechseln. Ich find's nur fair. Das heißt dann ja auch, dass wenn du wieder einen Run hast, dass ich dann eben auch mal drankomme. Da haben wir alle was von. Ich werd wahrscheinlich jetzt eh recht schnell sterben, weil ich gar nicht mehr weiß, was wir jetzt machen müssen, ehrlich gesagt. Grabgedöns hier. Das war der Endgegner, oder? Ich weiß es nicht. Ich fand's nur nicht. Ich lese da Grabgedöns. Da fehlt ein B. Ja, ganz viel. Wir gehen da einfach mal hin. Ich hab jetzt auch schon wieder... Glaubst du diese kleinen Seelen-Schlugger? Glaubst du, die gibt es so als Puppen? So für die Couch? Weil ich find die echt gut. Ich wette, die gibt es als Knaussfigur. Kann ich mir gut vorstellen. Aber die müssen uns richtig knautschig sein, ja. Auch so, dass die sich immer so quälend bewegen, so ein bisschen. So ein Motor drin, dass die immer... Ja, die klappen so fest auf dem Boden und dann, ja. Und dann kann man vielleicht auch so eine Art, dass man so ein Telefon da einbaut, dass man quasi Anrufe mit denen bewegen, ihre Münder dann so zum Sound. Okay, warte mal. Das ist die Ecke, wo der Bossfight war. Da hinten geht's weiter. Hat sich denn jetzt was aufgemacht, oder? Wir kamen, glaub ich, von da hinten. Oder ist das einfach nur ein Sackgassenareal? Nee, guck mal, die Treppe hoch, ja, ja. Okay, es geht auf jeden Fall weiter. Das Ding, da liegt irgendwas. Nimm es. Oder ist das... Sind das unsere Blutechos noch? Ja, guck mal. Ach was, siehst du? Aha. Die haben wir letztes Mal vergessen. Dann kamen wir wahrscheinlich... Ja, ja, hier kamen wir dann hoch. Okay, alles klar. Und dann geht's da weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, jetzt muss ich jetzt mal echt wieder reinkommen. Heilen war Dreieck, ne? Ja, ich weiß nur, das Quadrat ist jetzt in dem Fall Molotov. Du kannst es dir ja auch, glaub ich, nochmal neu herrichten. Oh, die Pistole hatte ich nicht aufgerüstet. Und schießen ist L2. Ja. Eieiei, okay, jetzt muss ich jetzt mal checken, was die Phase ist. Oh, ist das eine Abkürzung? Ah, wie sie kreischt. Oh, die ist aber wirklich... Die kannst du mal öhlen. Ich glaube, ich werde hier nicht mehr lange machen. Ich habe sowas von raus. Die werden doch direkt nach einem Endgegner dir keine schweren neuen Gegner hinpacken. Oh, das ist... Oh, das wollen wir haben, oder? Ja. Ist da noch was? Rote Lämpchen irgendwo vielleicht noch. Hier oben. Irgendwas anhören. Nee. Okay. Das ist noch nicht. Hm, dann gehen wir mal hier runter. Ui! Eine Rotmobilbrosche. Könnte interessant werden. Was ist jenes? Bringt Tropfen Blut Edelstein. Äh, be... Ah, Waffen verstärken. Ah, okay. Zur Verwandlung in einen bla bla bla. Also du kannst dich irgendwie nur noch veredeln. Das wäre am Tresmus. Besser als veredeln. Das stimmt. Nee, nicht so. Ja, das ist... Bis zum. Irgendwas. Random. Random. Random Word. Random Kommentar. Das ist wieder noch ein Hinweis. Von einem... Änderst du dich an Jagen. Soll ich jetzt auch Nein sagen? Okay. Viele verschlossene Särge. Oh man. Zeit... Äh... Der Zeitraum ist sehr lang gewesen. Aber gleich... Und gleich bin ich wieder richtig drin in diesem Spiel. Zackgasse. Zu Tode gesprungen. Geil. Ende Gelände. Warte mal. Nee, ich springe immer. Für immer... Wegeglitscht. Ja. Das passiert... Wenn man Nils rummacht, das hat in die Hand geht. Springt kann man ja nicht, ne? Ich glaube nicht. Das ist ja wirklich dämlich. Nee, das gibt's nicht. Warte mal. Das kann gar nicht sein. Wie bist du denn nochmal reingekommen? Du dumm. Du kommst genauso. Irgendeinen krassen Move musst du machen, um dich da rauszuglitschen. Irgendwas. Das kann ich nicht bringen. Machen wir eine Kombo oder so. Springen und machen eine Kombo oder irgendwas. Das ist ja eine Kacke. Warte mal, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Wieso kann ich diesen Holzstuhl nicht verprügeln? Ich kann doch eigentlich alles kaputt machen, was hier liegt aus Holz. Das gibt's doch nicht. Die besten Fallen sind die, die die Entwickler nicht beabsichtigt hatten. Keinesfalls. So, komm. Vielleicht rechts durch den Sandsack irgendwie durch. Ja, komm. Glitsch mich. Er ist halb schon drin. Los, glitsch mich. Sag mal, glitschst du? Oder ist das die End? Jetzt bitte. Okay, komm. Kannst du dich nicht einfach irgendwo zurück... Oh, ist das eine miesische Scheiße. Haben wir irgendein Item? Neuer Wachen ohne Blutechos zu verlieren. Die Zeichen eines starken Jägers, die ich gerade gekauft habe. Du kannst gerne eine benutzen. Ja, aber die haben doch immer diese Knochen gehabt früher. Das sind ja die, oder? Neuer Wachen ohne Blutechos zu verlieren. Das ist eigentlich der Heimkehrer-Knochen. Ja? Na, ich... Nein, das... Weiß ich nicht, aber... Obf vor allem Blutechos in der Wache erneut. Ach so. Ja, das kannst du auch machen, aber das kostet uns 700. Der andere Kram würde uns 400 kosten. Stimmt. Das ist sehr smart von dir gerechnet. Dass du so überrascht bist, fühle ich dich jetzt irgendwie ein bisschen beleidigt von. Ja, tschüss. Wenn du sowas sagst, kriegst du nicht von mir irgendwie... Nee. Mensch, Nils, sag mal, was ist mit dir los? Du hast das Klug... Ja, das ist die glutenfreie Ernährung. Ja, das stimmt. Die macht mich einfach smart. Ich muss fast... Schneller im Kopf, ja. Aufhören, sonst werde ich zu krass. Hänge ich euch alle ab noch. Warum nicht, ey? Man kann sich auch mit fast 40 neu erfinden. Das war ja doof jetzt. Aber auch selten gesehen. Wir bringen euch an die Orte, die ihr... Ja, ich weiß nicht, wie glitschig dieses Spiel ist, ehrlich gesagt. Glitschig wie ein Aal. Ja, hoch muss ich. Ist das irgendwas Erbärmliches? Das sind überall Ornamente, ne? Selbst im Stein der Kanalisation, an der Decke. Also wirklich an Orten, wo sie keine Sau braucht. Schön nochmal ein paar Kreisel reingeritzt. Da kommst du nicht hin. Die Stühle sind deine Nemesis. Ja. Und deine Nemesis. So, äh, was ist das hier? Die Bürgenwirtspinne verbirgt alle möglichen Rituale. Eine furchtbare Schande. Ich hätte schon keinen Bock mehr, wenn ich da spinne höre. Oder meine ich vielleicht, äh, wie in der Mode, ne? Zum Spinnen. Jetzt kommt hier wieder irgendein Gegner. Kann ich aber hier nehmen? Achso, die bleibt da immer. Ich wette, jetzt kommt hier irgendein kleiner Gegner auf uns zu, der mit Sicherheit auch ein bisschen größer ist als der Kleine. Ruhe. Ah, siehste, das ist nämlich genau der Kram, der Krimskrams, die wir da brauchen. Ja, 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 ja. Du hast recht. Welche Waffe hatte ich eigentlich? Ich hab jetzt diese große noch, ne? Ja, ja. Warum ist diese große Axt? Oh, ich dachte, da hatte ich schon was. Wundersam. Ja, alles klar. Ja, äh, darf ich mal was? Immer. Okay, jetzt kommt Video. Das ist wirklich, keine Tür geht normal auf. Nee. Das sieht komisch aus, ja. Das handelt aus wie so Falter. Oh Mann, das sieht echt aus wie Endgegner. Das ist keinen einzigen Gegner gesehen bisher. Nein. Ein Schlag tot wahrscheinlich. Hm. Aber er war wenigstens einmal geglitscht. Oder rechts war irgendwas Kauerte. Da ist eine Laterne, direkt vor uns. Ja. Na gut, er war ja, finde ich, kein besonders langer Weg. Nee. Ist nur ein Level. Ein neuer Bezirk. Ist doch gar nicht so schlimm. Was bist du denn für einer eigentlich? Du haust mich jetzt aber nicht oder so, ne? Zu talken? Wie talkst du eigentlich? Oh, du musst du ein Hunter sein. Hallo. Sehr sorry. Der Incent muss deinen Sinn haben. Gut, gut. Ich habe mich für dich, deine Incent. These Hunts have everyone all locked up inside. Waiting for it to end. It always does. Always has, you know. Since forever. But it won't end nicely. Not this time. Ist das der Typ, mit dem wir schon mal geredet hatten? Bei der roten Laterne? The screams of women folk. The stench of blood. The snarls of beasts. None of them is too uncommon now. Yarnam's done for, tell you. But if you spot anyone with their wits about them, Tell them about this here, Erdenchapel. They'll be safe here. The Incent's ward off the beasts. Spread the word. Tell them to come on over. If you wouldn't mind. Okay, socially awkward. Vielleicht, ist das ein guter? Aber der ist auch einsam. Der will natürlich auch, dass wir die Leute vorbeibringen. Ja. Der ist auf jeden Fall einsam. Aber kann, also ich würde swipe right. Also ich würde den jetzt auch nicht. Ich würde erst noch mal gucken, was noch so da ist. Ob ich vielleicht einen anderen Buddy in dieser traurigen Nacht finde. Aber er hat es hier schön. Wie immer sind die Kirchen am opulentesten. Sind denn? Und sieben vor sieben und kriegen ja nichts. Dann sparen wir uns über das Geld. Da geht es runter. Also in die Straße. Das wollte ich gerade noch mal sagen. Bevor die wunderschöne atmosphärische Katze hin kam. Ich bin echt zwiegespalten mit diesen ganzen Nachrichten. Ich mag diese Viecher unglaublich gern. Dass die so hochkommen und dass die da so sind. Und wie das in der Welt platziert ist, ist so viel geiler als in Dark Souls und Co. Aber die Texte und die Inhalte sind so doof. Und irgendwie ist das alles so. Ja, füchte dich vor Wahnsinn. Achte auf. Das sind aber menschliche Spielernachrichten. Ja, ist mir am Ende egal. Oh! What the fuck, dude? Der kann gar nichts. Der kann nichts. Der kann nichts. Macht alle Achtung. Er haut nicht. Energie. Ich mache falsch, weil ich die Tastle nicht kenne. Ganz ruhig. Energie. Du hättest auch weiterhauen können. Du kriegst die ja durch Hauen zurück. Aber ich dachte, das ist sinnvoller so. Da hat er die lange Axt ausgefahren. Die Nacht der lange Axt. Man kann nicht andere Spiele spielen. Und dann, warte mal. Okay. Naja, das ist doch egal. Normale Attacke. Ja, wie hast du das denn nicht so gemacht, wie ich das wollte? Oh, steht da auf einmal so ein Typ hier einfach rum. Der sah eigentlich noch relativ freundlich aus. Der war gar nicht so Lovecraft-esk verzehrt wie die hier. Ey, kannst du mal gerade feiern, wie toll unsere Waffen sind? Wie stark unsere Waffen sind und wie knallhart gut wir mittlerweile unsere Level unter Kontrolle haben hier? Ich sehe, du feierst durch einen Schlag. Das ist so nur gerecht. Ich muss erst mal wieder echt, du wirst es gleich merken. Ja, aber ich bin voll. Guck mal, wie das reinhaut. Fuck. Kannst du dich noch erinnern, wie wir teilweise gelitten haben mit den ganzen Viechern? Das ging sehr schnell. Ich finde, wir haben sehr schnell einen guten Stand bekommen in diesem Spiel. Du hast recht. So. Wir haben übrigens kein Chat. Oh, wollen wir das mal wissen, das Verrückten? Ja, okay, bringt Einsicht. Ach, das ist, ich dachte, das wäre wirklich was zum Lesen. Kontakt mit der unheimlichen Weisheit ist ein Segen, denn selbst wenn man davon verrückt wird, dient man doch fort an einem höheren Sinn für die Nachwelt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das müssen wir nochmal nachlesen. Nachher vergessen wir das nämlich, dann haben wir am Ende das nie benutzt und es ist aber voll geil. Das haben wir aber damals auch bei den anderen Spielen irgendwann auch gelernt. Ja. Hier und da gibt es ja dann immer mal einen Kommentar. Oh, noch so ein Spiel. Da ist noch einer. Der hat richtig viel abgezogen, ne? Du solltest mal heilen. Ja, erstmal hole ich mir ein paar zurück. Boah, das war ja so unnötig. Nilsi Nils. Drecksrabe. Wenn sie einen mal haben, ne? Ja. Boah, ich kann mich noch anste... Oh, kämpfen, ne? Ich will hier nicht immer reinlabern. Der hat so einen Stock auch. Ist das dieser G-Stock oder ist das einfach seine Waffe? Oh, noch einer. Kümmer dich nicht um. Sehr gut. Schön gemacht. Das habe ich jetzt noch nicht so 100%ig für mich gecheckt. War okay. Jetzt vielleicht hier und da mal ein bisschen auch nochmal zurückgehen können, weil die ja auch eine dicke Rechnung haben. Aber, was ich eben sagen wollte, als wir so rüde abgelenkt wurden, kannst du ja gerne einfach weiterspielen, als würde ich gar nichts machen. Ich weiß noch, wie es damals war, als Spieler rauskamen, die ersten in 3D, dann gab es die ersten geilen Texturen, dann waren die irgendwann nicht mehr wie bei der Playstation unten so verzogen und verzerrt. Dann fing es irgendwann an mit so den ersten... Ich weiß nicht, ob es damals auch schon Bump-Mapping hieß, aber auf jeden Fall, dass die Texturen ein bisschen Tiefe bekommen haben. Und trotzdem waren es lange Zeit eben immer noch so große, dicke Fladen. Und ich weiß immer noch, man hat mit Freunden dann immer geredet, boah, wenn irgendwann mal Spiele aussehen wie Zwischensequenzen. Und wenn man die heutigen Zwischensequenzen von damals, ne, sind wir heute schon wieder weiter. Und der Boden, wenn das mal eigene Texturen für jede Kachel sind, boah, krass. Und jetzt guckt ihr, das sieht noch krasser aus, als ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist diese... Da ist einfach... Jeder Quadratmeter ist halt irgendwie geil, ne? Da hat irgendjemand gesessen und hat den geil gemacht oder sie hatten einen Algorithmus, der ihn toll gemacht hat. Meine Augen möchten die Grafiken. Schön, Sack. Ja, so ist es tatsächlich. Es ist echt krass, wie weit wir... Und das ist jetzt ja nicht mal... Guckt ihr Red Dead an, ne? Ja, da sind wir... Das ist natürlich das Jetzt, nur im Moment spielen wir das. Und er ist total liebevoll eingesetzt und so all dieses... Das ist so detailliert, dass es mir echt die Tränen in die Augen treibt. Leider ruckelt es ein bisschen. Oder es ist nicht 100% flüssig. Das ist natürlich dann der Preis. Zum Glück machen die keine großen Kombos. Die holen irgendwie nur einmal aus. Die wirken auf mich auch nicht so richtig bedrohlich. Mehr wie so... Wächter, Nachtwächter. Ja. Mit der Lampe auch. Vielleicht sind die neutral. Ach so. Ne, also du kannst sie ruhig killen. Greifen dich ja auch an, aber die wirken einfach nicht wie diese... Es gibt... Okay, was gibt's denn? Es gibt die Monster. Dann gibt es die... Ich sag mal Jäger. Das sind ja wir. Dann gibt es diese Passanten, die aber irgendwie... Jagen die auch Monster oder jagen die Jäger? Weil... Die stehen ja an dem verbrannten Wehrwolf. Also jagen sie ja eigentlich, ich müsste mal an dem Monster und dann sind die wiederum... Bin mir noch nicht ganz sicher, wie viele Fraktionen es gibt. Ich versuch das grad so ein bisschen zu durchschauen, aber... Hm. Ja, das stimmt. Hast du da irgendeine Theorie oder gehst du da genauso? Läufst du da ins Dunkel? Also die... Irgendwie ist diese... Ich glaub's noch nicht... Die Welt ist irgendwie verschlungen von irgendwas Bösem. So eine Glocke, ne? Die sich so drüber setzt. Ja, und darin wird alles verrückt und es gibt aber auch irgendwelche dämonischen Wesen wie diese Fährwürfe und so. Und dann gibt's diese Einheimischen, die werden aber alle wahnsinnig. Jetzt zum Beispiel... Jetzt sind Feind... Also Monster und Mensch ja gerade zusammen hier. Also sind das offensichtlich alles die gleichen Fraktionen. Aber ich muss immer an dieses Feuer denken, wo sie an dem... an dem brennenden Riesen-Werwolf stehen. Das wirkte eher, als hätten sie ihn gejagt und verbrannt. Naja, wir werden's nicht so richtig auskriegen. Vielleicht können wir in seinen Eingeweiden ein wenig lesen. Ja, das ist nicht ne gute Idee. Er hier hat auch... Er hat sehr lesbare Eingeweide. Das seh ich doch jetzt schon. Und verbrennt er auch noch. Ach. Guck mal, mit ner Hake. Der war nicht vorbereitet auf den Bürgerkrieg in der Nacht. Hier doch wieder das Ding. Das hier wieder mit dem langen Ellenbogen. Mann, sind wir stark. Kann es sein, dass wir zu stark schon wieder sind? Nein. Irgendwie das Gefühl... Das Gefühl hab ich nicht, dass wir zu stark sind. Hätten wir zu viel... Vielleicht haben wir zu viel gegrindet am Anfang. Wir haben doch viel gegrindet. Findest du, dass wir viel gegrindet? Deswegen frag ich mich ja gerade. Aber guck mal, wie du die hier niedermachst. Die können ja wirklich gar nichts. Aber das geht es auch unfassbar, den ich hab. Nee, ich weiß, was du meinst. Aber das sind ja auch teilweise Gegner noch. Also die eben sind ja so Standardgegner gewesen. Da kommen noch andere, wo wir sagen, shit. Ganz sicher werde ich meine Worte noch fressen. Ja. Aber im Moment... Natürlich auch leicht zu reden, wenn du am Pad bist. Aber schau mal, zwei Schläge, das ist das hier. 3.300 ist das schon. Könnte man schon bald wieder ein Upgrade machen. Wieder sowas. Gibt's ja eigentlich auch so... Türen. So toll kann das Wissen aber nicht sein, wenn es inflationär überall rumliegt. Ach, ne? Diese ganze Halle... Nur dafür, das kann doch nicht sein. Da oben ist irgendwas. Da oben kommen wir noch mal hin. Ja. Sieh noch wieder. Das ist eine Tür. Ah! Hier irgendwas... Überfall. Klingt interessant. Kommt da was? Hä? Ja, also das wäre ja auch lächerlich, wenn diese Riesenhalle... Das ist noch nicht alles hier. Hab ich die... Hab ich die in der Mitte... Kommst du vielleicht später wieder zurück. Hab ich da versucht? Ja, das hatte ich, ja. Schieben kann man ja auch nicht, oder? Nee, nur hauen. Oh, da liegt noch ein Item und noch ein Typ, ne? Kalt. Gut. Hm. Ein bisschen ruhig. Irgendwas wird hier noch passieren. Ich traue diesem Braten nicht. Ja, das... Also, warte, da sind wir rein. Irgendwas hast du noch nicht getriggert. Nee. Okay, warte mal. Wir sind hier... Treppe hoch. Da war... Nee, da kann ich auch. Der ist auch einer noch. Er wartet noch. Da bin ich noch nicht lang gelaufen. Der steht aber auch schon und guckt mich an. Hier, langarm. Oh, oh! Ja, siehst du. Und der schießt auch noch. Das ist ja wirklich hinter der Pratze. So, mach. Uh! Der erinnert mich schon ein bisschen an Geronimo Röder, muss ich sagen. Wie er da oben steht. Feige, Feige, die Distanz ausnutzt. Der lange Arm vom Bogen, vom vielen Bogen ziehen, hat er den langen Arm bekommen. Das stimmt, ja. Aber Geronimo Röder hat ja noch nie in seinem Leben Bogen abgefeuert. Nein, er hat keinen Pfeil, er hat einfach nur die Sehne. Immer und immer wieder. Das ist so eine Trockenübung hat er gehabt. Nichts hat er gehabt. Guck mal hier, hier. Ah, da ist auch so ein Mechanismus. Und hier ist oben, okay. Ich vertraue hier ja den Braten noch nicht. Okay, ich muss hier wahrscheinlich hier wieder irgendwann runter. Hallo? Nein, nein, du musst nicht mehr. Genau. Hm. Was geschieht nun? Ja, das war klar. Jetzt kommt wahrscheinlich der Überfall, von dem sie alle reden. Da ist die Treppe auf. Guck, da kann man runtergehen. Das machen wir gleich. Wir können es vielleicht droppen lassen an der Stelle. Wahrscheinlich ist es extra so gedacht. Äh, aber wir sind... Warte mal. Wir sind hier schon durchgelaufen, bevor wir jetzt wieder runtergehen. Hm. Hä? Ist das komplett neu? Ja. Ja, okay. Komm, geh doch mal. Geh da mal rein. Da sitzt doch irgendwas. Was echt oder was, Stein? Oh, das ist auf jeden Fall eine... Ah. Und sieh mich jetzt an. Oh, beg pardon. You may call me Alfred. Protégé von Master Ligerius. Hunter von vialen Blöden. So, was sagst du? Unsere Beine vielleicht differenzieren. Aber wir sind Hunters, die beiden uns. Warum nicht kooperieren? Und diskutieren die Dinge, die wir gelernt haben. Hm. Okay. Warum nicht? Oh, sehr gut. Ich vertraue ja trotzdem niemandem. Sehr gut, indeed. Und jetzt du? Feuerpapier. Haben wir doch schon mal... ...bekommen. Beten? Beast hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. There must be Oodles. Go on. Ja, erzähl doch mal. Jetzt will ich mal ein bisschen was wissen. The Healing Church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral. And that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing and the church is willing, you should pay them a visit. Mm-hmm, okay. Burgenwerth. Burgenwerth is an old place of learning. And the tomb of the gods carved out below Yharnam should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Burgenwerth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. Burgenwerth. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this case, everything sacred in Yharnam will be traced back to Burgenwerth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Burgenwerth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive. But only they know the password that allows passage through the gate. Hmm, okay. Interessant. I bid you farewell. It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Geht der jetzt auch wirklich, oder? Nee, die sagen das immer nur. Weil ich wollte mich einmal da hin... Dreh dir nun den Rücken zu. Ich wollte mich da einmal hinknien, weil der betet da ja auch. Wollen wir austesten. Ja. So, also der hat uns dieses komische Feuerpapier gegeben. Das da. Waffenfeuer verleihen. Ah, okay, das ist das. Das kennt man auch irgendwie, ne? Ja. Aber vielleicht das Beten könnte ja auch eine Bewegung einfach mal sein, die man gelernt hat. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die macht. Ja, schwierig, ne? Ja. Warte, der Status, ne? Nee. Ich würde mal probieren. Touch mal aufs Pad. Ah ja, sehr gut. Du musst wahrscheinlich jetzt einstellen, oder? Ja, wechseln wahrscheinlich. Begrüßung nach vorne. Okay, Freude, hier Überzeugung. Damit machen wir jetzt das und dann machen wir daraus jetzt Beten. Jetzt bete ich hier mal. Okay, also wischen nach rechts. Ist dir das irgendwas? Ja, ich hab auch ein bisschen... Naja, das ist wie beim echten Beten. Das dauert nicht mehr. Natürlich passiert ja was, wenn du daran glaubst, Nils. Ja, da passiert nichts, Mann. Ja, es ist halt... Ja, es ist... Manchmal überrascht einiges Spiel. Oh Gott, es will geschehe. Es wird schon das passieren, was sein soll. Hast du Energie verloren? Nee. Warst du spät? Nicht mal Energie gewonnen. Das ist irgendwie... Du hast nur ein bisschen Knie verloren jetzt. Kleiner Malus auf Knie. Ja, da war so ein Kiesel. Ein Knie-Kiesel. So, dann ab. Unter die Urne. Was ist da denn? Warum ist denn jetzt dieser Überfall nicht? Das macht mich Wahnsinn. Ja, hier wird irgendwas schon... Vielleicht ist die Übersetzung auch scheiße. Aber hier wird jetzt schon irgendwas passieren. Glaub mal. Ja, der hat die Ecken glotzern. Ja, natürlich, ey. Ich hier niemandem... Glotz Echor. Glotz Echor. Ja, Glotz Echor. Kleiner Insider. Ja, ihr müsst nicht alles verstehen, ne? Wie schön, dass du dich an den erinnerst. Glotz Echor ist der allerbeste, ey. Glotz Echor. Glotz Echor. Oh, oh. Weg, weg, weg. Du hast kaum Energie. Niederschmetternde Diagnose für diesen Wolf. Ach, da legst du ihn nieder. Guck mal, wie auch schön... Guck mal bitte, wie schön er da liegt. Ich find's super, wie er... Das ist so... Ich leg mich hin. Ja. Ich morg nicht mehr. Sonntagmorgens um neun heimgekommen. Ja. Ist nicht mehr geschafft, bis in den... Wo schläft so ein Wolf? In das Nest. Wolfshöhle, eigentlich. Aber ist eine Höhle nicht auch ein Nest? Nur halt in der Horizontalen? Ein Nest? Ob er sich einnässt? Das meinte ich nicht, nein. Aber ist auch eine gute Idee. Können wir auch mal drauf rumdenken. Da steckt was drin, ne? Ob sich ein Vogel in seinem Nest einnässt? Nee. Ja, oder ob er sich drauf einlässt, wenn er sich einnässt. Der Vogel hat nur ein Nest. Wenn er sich einlässt, einnässt, dann, nee. Worauf man sich selten einlässt. Wenn er mal Party macht, worauf er sich selten einlässt und sich danach einnässt, braucht er ein neues Nest. Das find ich ganz gut. Braucht er noch ein Nest. Mann, ey. It's brilliant. Äh, apropos. Was? Ah, nee, wir dürfen da nicht drüber reden. Entschuldigung. Wollte ich gerade zu Dingen, die auch noch nicht, die haben wir noch dürfen. Echt? So was gibt's bei uns? Ich darf nicht drüber reden. Aber sobald die Kameras aussehen, möchte ich mir was erzählen. Okay, jetzt bin ich aber richtig gespannt. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Was ist das hier? Ich weiß, wie ich das aber echt wissen will. Nein, das ist, was wir nächstes Jahr vorhaben. Und der Budi, der hat schon vorgearbeitet. Hat schon Sachen. Wir müssen uns auch Sachen überlegen. Echt? Ja. Oh Gott, Budi hat schon wieder vorgearbeitet. Budi hat schon wieder vorgearbeitet, ja. Na gut, dann machen wir das ja eh nicht. Der hat schon wieder gute Sachen, die uns dann dumm dastehen lassen. Ja? Wenn er die guten Sachen macht. Das ist eine Laterne. Vielleicht zeig ich dir auch nicht, worum es geht. Vielleicht zeig ich dir auch nicht, worum es geht. Dann hab ich einen kleinen Vorteil. So. Ey, aus irgendeinem Grund lebe ich noch. Und ich hab keine Ahnung, wieso. Und ich würde vorschlagen, ich geh jetzt mal in den Traum des Jägers und kaufe mein Level ab. Auf jeden Fall, du hast dich total gut gehalten. 4-8, eingesammelt. Ich hab eine Menge dafür. Ich hab eine Menge dafür. Ja, ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, dass ich sehr, sehr schnell sterbe. Aber ich muss sagen, das Spiel hat in diesem Abschnitt sich sehr gnädig uns gegenüber verhalten. Bisher war's wirklich ... Also, da war jetzt wirklich nicht viel dabei. Oh, das ist der. Ach so, der Hinweis. Nee. Hier. Reden, bitte. Welcome. What is it? What is it? You seek? Let me. What is it? You seek? Ja, mein Freund. Ich würde einfach mal sagen, machen wir mal ein bisschen Vitalität. Ist das gut? Ja. Bisschen mehr Leben, ne? Oh, schau mal. Haben wir noch einen Scheck? Wir brauchen ... Scheck über 600 mindestens. Scheck über 600. Tschüss. Ich lieb. Ich lieb. Ah! Warte, bevor wir das machen, können wir mal gucken, hier an die Werkstatt ran. Jetzt haben wir ja dieses ... Ja. ... Equipment. Oh, der hat mich fast erschreckt. Ist das die Werkstatt? Da, Blut-Edelstein-Verstärkung. Was macht die denn jetzt hier? Ja, geil. Wir gehen mal nach ... Und das rechts vielleicht? Ach so, wir können auch die Waffe ... Oh, nee. So, jetzt nehmen wir mal einfach ... Ja, dann ... Das ist normale. ... spielst du auch lieber mit der. Dann drück ich mal okay, aber ich ... Das nächste kann gerne die Jäger-Axt. ... steht da irgendwo was, die macht. Ah, warte mal, da physischer Angriff. Was ist das? Plus 13? Nee. Ja, könnte sein, ja. Weil beides ... Er war bei dem 13 dazu mal. Rück doch mal, wir werden's ja gleich sehen. Ah, okay. Ich wollte sie halt nur nicht ruinieren. 14, hier. Plus 13, plus 14. So viel ist es nicht. Aber gut. Hä? Das ist alles? Und schaltet die irgendwas ... ... um bei den Attributen? D bleibt D, E bleibt E, D, D, 8, 8, 8, 7, 7. Kannst du ... Hä? Symbole da rechts, kannst du vielleicht die Effekte umschalten oder so? Nee, das ist nur diese eine Kiste jetzt. Vielleicht kann man die noch verstärken oder die Wirkung noch erhöhen. Ich meine, es ist der erste, ne? Und es ist ein Mäßigungsblut-Edelstein. Gibt sicher auch andere. Ja, wollen wir es einfach mal machen? Ja, klar, natürlich. Kein Plan, was das jetzt ... Frage aber. Ach, den kann man vielleicht auch einfach wieder rausnehmen, oder was? Schau mal. Ja, wenn du so anklickst, kannst du wieder wegklicken. Ah, okay. Aha. Okay. Das war jetzt irgendwie ... Okay, und der ist da jetzt oben links dran. Das ist das, was da jetzt so rot leuchtet, oder was? Ja. Ja, schon ein bisschen unspektakulär. Kann man die dann auch anderweitig ... Das hätte zumindest ein schönes Geräusch geben können. Stärken, ne, Blutsteinscherbe haben wir ... Haben wir, ne, ne. ... bauen fünf respektive acht. Und für die Jigapistole könnte man auch noch mal, wenn wir eine haben. Ja, gerne. Bei dem machen wir sowieso nur zum ... Äh, was ist denn überhaupt genau reparieren? Das sollten wir immer machen. Okay. Dann ... Ach so, gucken wir mal, wenn wir einen Check haben wollten wir ... Äh ... Nee. Okay. Okay, das haben wir die letztes Mal so schnallen. Können wir nochmal machen? Ach so, da können wir Sachen abgeben. Ja. Gut, nee, dann geht's jetzt weiter, würd ich mal sagen. Wuppsdiwupps. Nee. Was? Wo ist denn ... Altjahrena ... War das das? Ich ... Na ja, das müsste eigentlich jetzt schon so sein. Je mehr man kriegt, irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, ne? Ja. Was wofür steht, ja. Aber ich finde auch, jetzt wo ich Dark Souls gerade nochmal angefangen hab auf der Switch, ähm, hab ich gemerkt, dass das Spiel ja eigentlich relativ übersichtlich ist. Und auch die, also die Items und alles ja total auch selbsterklärend und logisch eigentlich, ne? Wenn man sich's mal anguckt. Mhm. Vor allem, da wir's ja natürlich irgendwann gelernt hatten, was was bedeutet. Ja. Und das ist irgendwie schon cool gemacht. Man kann das alles schon richtig sicher arbeiten, aber man braucht eben die Zeit. Und übrigens, ähm, wenn da nicht bald irgendwas kommt, was mich auch mal ein bisschen stirbt, dann wechseln wir trotzdem. Ich finde ... Naja, solange du jetzt nur rumrollst und so, muss ich das nicht machen. Ähm, ich will auch Action sehen. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich mein nur, dass ich jetzt nicht irgendwie zwei Stunden spiele, wenn jetzt hier dass ich der Schwierigkeitsgrad nicht dahingehend entwickle, dass ich gleich sterbe, dann wechseln wir, find ich, so mal durch, weil das ist ja sonst lang. Ja. Ja. Ja, okay. Klar, gerne. Wollen wir sagen, spätestens bei der Werbung, die wir machen, spätestens solltest du ... spätestens dran sein. Spätestens. Gut. So. Aber, äh. Die Stadt ist verlassen, Jäger sind nicht erwünscht. Ja. Du kannst die Taten auch mal, okay. Ach, scheiße. Ja, mir oder egal. Er wünscht heißt ja nicht, äh ... Wünsche müssen nicht erfüllt werden. Ja. Wer sind wir denn? Wir müssen das nicht respektieren. Ja. Hunter! Didn't you see the warning? Nein! Nein! Es ist ehrlich gesagt eine verlockende Warnung, ähm ... Ja. ... zu sagen. Okay, ich gehe. Alles klar, ist mich überzeugt. Aber, das geht natürlich nicht. Ach so, können wir das nicht. Der hat offensichtlich die Spielanleitung nicht gelesen. Ah. Können wir das nicht machen. Ah, er hält schon ein bisschen mehr aus, aber trotzdem nicht genug. Das war nur dein erster Testcase. Ah! Noch ein Stein. Irgendein Besudelungsstein. Ja, eine Mäßigung. Weiß ich nicht, Mäßigung wieder nur? Mäßigungsbesudelungsstein. Ach so, Entschuldigung. Das ändert alles. Äh ... Da sitzt irgendwas. Geradeaus. Ja. Oh! Na! Die Schweine. Jawoll! Gut gemacht. Schön ausgewichen. Wen haltet ihr euch? Da sitzt immer noch was. Okay, der hat uns irgendwie nicht kommen sehen. Ha! Der war schuld, wenn der hier so rumfällt. Das ist jetzt aber echt ... Monty Python Humor war das jetzt schon. Der hat wieder so hochguckt und so, was? Nö, was? Wo kommst du denn her? So ein Spiel hat ja auch gerne mal dann so einen Typ parat, der dann mit einem redet und ist ein Händler oder so, weißt du? Der sieht dann genauso aus, aber der ... Ja klar, der hätte auch total easy der Händler sein können, ja. Ich hab übrigens bei Dark Souls, als ich's neu gespielt hab, direkt diesen Priester, der einem Attentate oder ähnliches auf NPCs verzeihen kann. Ja, ja. Ich wär mir bezahlen müssen. Ja, bei dem Bär, bei diesem Bäröl oder was? Hab ich direkt, instant, aus Versehen angehauen und dann wollte er Ärger. Ach, echt? Dann bin ich erst abgehauen, dann hat der nicht aufgehört und dann hab ich ihn gekillt. Ach, was? Äh, ja. Oh, was? Guck mal, eine neue Kreatur. Das war toll. Oh, das war hast du sehr überrascht mit. Ja, nicht mit gerechnet, ne? Er hat er dumm unter der Decke hervorgeguckt. Dummer Idiot. Ja, Reliquem was, ne? Lass ich ihn. Hier gibt's ja auch manchmal so Ecken, wo man dann, boah, fast wär ich wieder in so'n Glitch gerollt, wo man dann hier so wegrollt und dann ist da ein Eingang oder sowas. Das haben wir ja auch schon ein-, zweimal. Was ist hier? Nö. Okay. Und ich werde in diesen Rauch, sollte ich nicht reinlaufen. Naja, jetzt gibt's zumindest mal ein bisschen Backenfutter, ne? Dankeschön. Nö. Noch einer. Umschlage. Nach Mäßigungsmutschön ist da noch einer, oder? Hab ich noch einen gesehen gerade? Ne. Blutviole. Nein. Ah, noch ein markanter. Also, äh, äh. Jetzt fängt's langsam an. Spaß zu machen, ne? Ah! Ah, ich wusste doch, irgendwas wird hier noch. Okay. Wie war eigentlich immer noch so diese Abfolge? Du wirst immer so ne gute Abfolge. Ach so, ja. R1. R1, dann ausklappen und dann nochmal R1. Okay, R1, R1, L1, R1. So, okay. R1, 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 R1. Genau. Das bringt wohl richtig viel. Ich hab, ich hab jetzt auch vergessen genau, warum das nochmal auch, also das hat irgendwie nochmal ne extra Grund, warum das mehr kickt, als einfach nur ein weiterer Schlag. Merkt ihr das mal? Hier kann man runterfallen. Ja. Kann man. Also. Das wirkte gerade als... Wo kannst du sich verdroppen lassen? Okay. Äh, hm. Warum? Wart, wie? Was ist geschehen? Was war das? Hat der mich... Der hat irgendwas, glaub ich, verbrannt. Oder wir haben's noch nicht... Ah! Was ist denn jetzt los? Ne Gatling Gun. Ne motherfucking Gatling Gun. Da oben auf dem... Okay. Okay. Das ist ja wohl das Ratten-Gesichtigste, was ich hier erlebt hab. Bitte Gatling Gun! Was hast du gesehen, mein Freund? Und ich hab irgendein, irgendein Fluch an mir haften gerade. Da oben. Da gibt's ja diese Gegengift-Pillen offensichtlich. Ja, aber... Ich denke, die sollten wir mal... Nein, da ist schon. Der ist schon weg. Ne, ich will die hier auf das Ding legen. Gegengift. Dass wir für alle Fälle... Äh, wie kann man da nochmal durchswitchen? So. Okay. Kannst du ja auch merken. Haben wir jetzt Gegengift. Ist auch runter. Und da geht's weiter. Hier ist nur... Alter, der hat ne fucking Gatling Gun! Also... Ah, wir haben coole Items gerade aufgesammelt überall. Mhm. Äh, ja, zurück zum Jetzt. Ja, der Gatling Gun-Priester ruft zum Morgengebet. Was soll ich sagen? Ist, ähm... Glocke war ihm nicht genug. Ja, die müssen einen nur sehen. Kommt sofort an. Dabei sollte der eigentlich zufrieden sein, dass hier doch mal jemand ist, der ihm hilft. Ob ich mich anschleichen kann. Oh! Die! Nein! Ha! Ja, du hättest die Gatling schleichen können, ne? Alter! Äh... Ah! Nee. Dachte gerade, man könnte das vielleicht... Exidentally. Geheimgang entdeckt. Okay. Ähm... Scheiße. Der war... Hier war Feierabend, oder? Hier... Oder haben wir irgendwas übersehen? Nee. Wir müssen da lang. Und sie war laufende. Scheiße. Wenn du vorher weißt, wo du hin musst, schaffst schon. Wo ist er eigentlich? Da ist ne Wand, da kommst du hin. Oben, oder? Ah, das sieht schon gut aus. Ich renne einfach mal. Oh, Vögel! Geil. Gute. Noch ne Scherbe. Sehr schön. Jetzt können wir uns demnächst auch hin. Ne. Was? Äh... Was ist das? Ein Hinweis. Keine Gnade für Tiere. Da noch rechts vorbei. Da ist was. Oh! Noch was! Oh! 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 Da vorne kommen welche rein. Der hat ne Gatling Gun, ey. Das gibt's doch nicht. Pff. Okay. Arsch. 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 Das ist ein Wendeltrittel? Oh, die haben jetzt voll die Edelsteinchen. Da können wir, wenn wir das nächste Mal zurückkehren in den Hub, dann würde ich es auch vorschlagen. Dann können wir ja mal uns Waffen bestücken. Habt ihr viel Gegengift? Oh Gott, hier wird der gleich wieder auf mich ballern. Ja. Oh, jetzt hast du aber einige gerade auf dem Fersen. Eventuell mal ein bisschen... ...aus dünnen. Pairball. Das ist gut. Ja, ich bin voll gefistet jetzt. Bist du dran? Nein, nein. Ich muss hier weg. Ich will hier weg. Jetzt Energie. Wirklich. Dringend. Du schaffst es. Du schaffst das. Genau. Ja. Sehr gut. Hm. Was denn? Da waren einige. Ja. Du hättest vielleicht nicht so rein stürmen, aber ich fand's auch mal ganz gut, dass was passierte, wenn ich ehrlich bin. Äh, 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 äh. Es fing an langweilig zu werden, weil es ja doch ein bisschen... Ja. ...einfach, als es schon ist. Ja. Da hinten gibt's noch ne... Oh! Ah, fuck! Man, wir haben den voll vergessen. Naja, ich hab gedacht, der erwischt mich von da. Aber da täuscht ich mich. Der kommt... Da oben ist der irgendwo, oder? Muss der? In dem Turm. Der ist da oben auf dem Turm, ja. Da war er die ganze Zeit... Und da rechts... Hab ich doch eben so ne... Ja. Du kannst ihm ja auch entkommen, so fern du dich bewegst. Da steht übrigens so ein... Mord so hoch. Ja, ja, die sind mir egal. Na? Da geht's wieder hoch. Da sind so Typen. Der kommt ja auch schon. Oh! Der hat vorbeigeschwebt. Aber schon. Na, ich geh jetzt aber hier, weil ich geh jetzt nicht mehr rauf. Hier ist ne Leiter, da komm ich vielleicht zu denen. Ist auch ne... Da sind wir verworren hier. Joa! Jetzt hast du sie gleich. Schön zusammen. Denk dran, du kannst ja auch noch aufladen, ne? Deine Schläge. Ja. 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 Der war sehr passiv. Der ist auch so ein Typ, der auf einmal ne Fünfer-Kombo gibt, nur in den Toten ist. Okay, jetzt sind so viele Ver... 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 Ja, das ist... Ich hab's ja auch nicht mehr. ...dass ich so langsam die Orientierung verliere. Am liebsten würde ich jetzt hier ein Licht finden und dann dir das Pad geben. Sodass, dass ich dann einmal die Seelen nach Hause holen und dann kannst du dich einspielen, ohne den Druck zu haben, dass gleich die Dinger weg sind. Das wär mir jetzt das Liebste, ehrlich gesagt. Passt schon. Okay, bevor wir da runtergehen, gehen wir einmal den... Boah. Oh, das war so einer. Alter. Gehen wir einmal hier in diesen Gang gucken. Okay. Da ist ein... Okay, Alter. Das sieht schon ein bisschen aus wie so'n... ...umpers Areal. Da sind einige. Ähm... Äh... Scheiße. Will ich mich hier droppen lassen? Ja, ne? Sieht so aus. Ich würd' sagen, ja. Also ich will das Pad nicht. Ja. Es ist hier so richtig viel los gerade. Wir warten alle schon noch durch. Echt? Ja. 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 Sie sehen, wie der direkt da stand? Mhm. So, hier kannst du jetzt genau. Hier kannst du warten. Und kämpfen. Und dann nimm noch das, was auf dem Altar da lag. Das sah interessant aus. Hör'n nicht auf. Boah, Alter, ein Schlag. Ey, das war jetzt ... 7000, ey. Das war fast unnötig, weil du hättest das eigentlich ... Du warst doch voll ... Du warst doch obendrauf, sozusagen. Du hattest die doch alle. Ich weiß gar nicht, was gerade am Ende ist. Da kamen einfach immer mehr. Ja, du hast zu lange, glaub ich, gewartet, die nacheinander zu erledigen am Ende. Aber es sah total gut aus, bis du dich einmal erwischt haben am Ende. Aber jetzt gibt's nicht das Action. Ich ärgere mich nur ein bisschen. Das war ein sehr weiter Weg. Also denk mal, wie weit ich gelaufen bin. Ich hatte gehofft, ich find noch eine Laterne. Das ist natürlich jetzt für dich sehr undankbar. Ja, ich hab jetzt nicht vor, die ... Also ich erwarte nicht, dass ich sie holen kann. Ja. Ähm, aber mal gucken. Spiel dich ein bisschen ein, so dass du die Schläge ein, zwei Mal noch übst. So, weil ich ... Also, ich hab's grad gemerkt, dass mein Muskelgedächtnis hat noch gar nicht funktioniert. Was ist das denn gewesen? Feigling. Sollte man denen hinterher? Ja, da sind ... Nee, warte mal. Da ist ja noch ein Item. Haben wir uns denn da gedroppt? Nee, nee. Bis zwar anders lang. Aber ich denke, ich werd da schon hinkommen. Ja, alle Wege führen zum Elend. Ich darf einfach nur nicht sterben und muss halt einfach hier richtig aufräumen. Shit, ist das ein ... Hier, ne? Ja. Das ist sehr ... Serienuntypisch, dass ich hier nicht einfach angegriffen werde, wenn ich schon so exponiert irgendwo hinspringe. Wo bleiben die Angriffe? Da ist so ne ... Alter, mit dem ... Ekelarten. Rennen war Kreis, einfach. Ja. Ich hab R2 gedrückt. Dabei ist das doch der eine Button, den ich nicht drücken darf. Was ist da? Nee, da ist eine. Das ist auch nix. Da geht's rein. Oh, meine Focke. Okay. Nochmal runter. Hoffentlich bleib ich nicht genauso stecken wie du. Ah, nee, der Weg ist ja, glaub ich, hier. Der soll so sein. Der soll so sein, ja, ja. Don't know, irgendwas Schuckis. Da ist ... Nee, ist das die? Nee, das ist ne andere. Vielleicht hab ich ja wirklich Glück, dass ich genau andersrum laufe und mir so entgegenkomme. Ja. Das ist natürlich nice. Das sind trotzdem mega viele ... ... die auf jeden Fall alle noch holen. Ich mein, es macht aber auch ... Das gucken, während wir hier klettern. Oh, da. Das sieht so geil aus, einfach. Guck dir das mal an. Das sieht echt geil aus, einfach nur. Oh, Mann, ist das geil. So atmosphärisch. Ja, das hat doch sicher auch Preise gewonnen, oder? Für den Style. Kann ich mir irgendwie ... Mit Sicherheit. ... gut vorstellen. Irgendwelche Designpreise. Okay. Wir haben noch eine Minute, dann kommt die Werbung. Deswegen hab ich ein bisschen Angst, hier jetzt was zu ... Ja, bin am Anfang. Ja, okay. Hier brauchen wir also nicht mehr runter. Gut, dann geht's hier gleich weiter. Ach so, nee, wir kriegen ... Nee, 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 nee. Warte mal. Wir gehen gleich auf die Suche nach der verlorenen Seele von Nils Bohmhoff. Schon so lange, seit vielen Jahren. Um 7.000 Seelen-Seele. Da kommt übrigens der Herr Mück. Den sollten wir nochmal ... Herr Mück, den machen wir dann schnell fertig. Moment, da können wir nochmal reinschalten. Hier. Arschgeige. Prima. Jetzt gehen wir in die Werbung, ne? Bis gleich. Ich bin echt schneller. Schick. Herzlich willkommen bei Bloodborne. Was habt ihr verpasst? Ich finde nichts. Ich glaube nichts, siehst du nicht? Wir sind an derselben Stelle ... ... und gehen weiter in Richtung der Seelen, die du nirgendwo, irgendwo siehst. Wie konnte das passieren? Aber nur 1.700, was ist denn das? Kann doch rein zahltechnisch gar nicht sein. Was ist denn wohl passiert? Das würde ich nicht hinterfragen. Nein, wir sagen es euch. Du hast vielleicht auch keine Ahnung von dem Spiel. Simon hat gerade so ein bisschen sein Muskelgedächtnis aufgenommen. Allein, dass du anfingst mit Simon, ne? Das war nämlich der Scheiß. Das ist passiert. Niemand hat mir gesagt, dass der Typ schießt. So, und das ist passiert. Du hast mir auch nichts davon erzählt. Wir müssen sozusagen, du hattest ja auch in der Werbung keinen Ton. Ohne Tonenspieler hast du die auch nicht gehört. Und du hast trotzdem nicht entschieden, das jetzt alles zu sagen. Ja, na klar. Obwohl wir eben noch gesagt haben, wir lassen es ein. Das hast du gesagt. Ich habe gesagt, wir können die Zuschauer nicht verarschen. Ich habe gesagt, du hast wortwörtlich gesagt, ich verarsche die Zuschauer jedes Mal, wenn ich meine Fresse vor die Kamera halte. Das hast du wortwörtlich gesagt. Ja, gut. Nein, aber Simon hat Creeps gekillt, gegrindet. Genau. Und dann kam plötzlich der Typ da. Und dann ist er gestorben. Und dann sind unsere Sintornseelen weg. Aber das ist nicht schlimm. In der Ecke war ich da hinten, ganz in der Ecke. Ja, da ist es geschehen. Und er hat durch die Holzdinger da durchgeschossen, was gar nicht gehen darf. So, wo, wo? Soll ich da runter? Ich gehe runter. Ja, dann, das wird wehtun. Aber es war ja auch... Vor allem drängen unterhalb der Leiter. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das sind die Vögel. Was mache ich jetzt? Da hinten rechts ist doch, glaube ich, der Steg, wo man... Oh, wer ist er? Was? Ne, Reinkarnation von dem Endgegner. Oh, shit. Ja, du hast recht, Mann. Warum habe ich diese Axt? Die will ich doch gar nicht. Warum habe ich die? Ja, ich finde, du machst jetzt nochmal. Ich habe jetzt lange gespielt, du hast jetzt kaum gespielt. Ja, aber dann mach du doch jetzt mal die harten Parts. Ja, okay, ich wollte nur nicht, also, weil... Ich finde, wir müssen ja nicht alles übernehmen, was wir früher so etabliert haben. Wenn jetzt einer eine halbe Stunde spielt und der andere ist nach einer Minute tot, kann man eher, finde ich, ruhig nochmal... Naja... So. Aber du, sag mal, du bist da ja... Waren wir da überhaupt? Ich weiß es nicht, Mann. Du bist da ja auch so tief runtergefallen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt an der Stelle vorhin auch war. Ist aber jetzt auch scheißegal, weil wir ja eh die Sachen verloren haben. We lost everything we had, but our love. Wie findest du den Song? Hit me in dir. Nice. Was? Hast du die Waffe auch genommen? Hast du mir gerade zugehört? Ich bin verreckt, weil ich die blöde Axt hatte. Sorry, das habe ich nicht gecheckt, tatsächlich. War ich kurz... Ge- Nicht wo- An- Das! Ah, ich würde die nicht lang machen, ey. Meine Erfahrung eben, lang ist einfach scheiße. Das kannst du mal mittendrin machen, aber... Stirb! Stirb! Garstiges Vieh! Und jetzt... Auf den Kopf! So. Hier war noch so ein Gesicht. So ein Giftgesicht. Der ist einfach geißgetrotten hat mit dem Schuss. Der ist an ihm vorbei. Wir haben auf jeden Fall gut gefarmt jetzt. Ja, ne? Wir haben richtig viel Kram. Pären. Ich würde umschalten auf kurz. Ernsthaft. Sehr schön. Ey, wenn die so lahm ankommen, muss man eigentlich mehr diesen Aufladeschlag machen. Der fetzt hier gut weg und wir sind da gar nicht so richtig drin bisher. Das ist eine gute Idee, ja. Direkt mal in die Tat umgesetzt. Jetzt hier schon geschossen? Ja, der schießt eben erst nach einer Weile. Das hat mich nämlich auch irritiert. Du stehst da rum und irgendwann fängt er an zu ballern. Hier war der. Ah! Ich bin nämlich hier lang gegangen und du bist nämlich die andere. Das ist auch... Wirkt schon so wie der bessere Weg, wenn ich jetzt mal so gucke. Man wird nicht direkt geschossen. Man holt sich kein Knie. Hier bin ich nämlich lang. Ah, nee. Musst du dann doch wieder da gegenüber lang? Oh. Da. Da bin ich lang. Wir sind erstmal noch zwei von diesen Wölfen. Dann ist noch einer. Der sieht mich zuerst. Und bei anderen können sie sich anschleichen. Da werde ich aber beschossen. Sind die tot? Hat der die erschossen? Ja, guck mal. Der hat die platt gemacht. Alter, ey. Das ist aber ein böser... Böser. Na ja. Wie hab ich das? Da hinten genau, da ist die Plattform. Ah, der ist noch ein lebendig sein. Der schnappt plötzlich. Der hat sich versteckt. Der hat sich versteckt. Guter Tipp für die Idee mit dem Aufladen. Diesen Typen. Okay, warte mal. Hier war das Item drin, glaube ich. Hier ging es gar nicht weiter. Ja. Und jetzt kommen wir langsam an die Stellen, wo es echt wimmelte vor den Typen. So, wenn du mich siehst, kommst du hier. Was? Hat der mich gesehen und sich die Augen zugehalten? Oder weiß der schon vorher, wann der schießt? Hier sind langsam, nähern wir uns dem Ort, an dem es geschah. Hier war nämlich noch eine Leiter. Hier ist die Leiter. Und ich bin hier lang gegangen, jetzt gehe ich mal die Leiter hoch. Guck mal, was da oben passiert. In der Hoffnung, dass ich da nicht getroffen werde. Ich meine, er schießt ja von oben, ne? Würde man ja auch meinen, dass man auch irgendwie nach oben muss. Geht's noch weiter oben? Ja, sieht gut aus. Ja, geht's. Kann man sich droppen lassen? Er schießt von oben, also wollen wir auch nach oben. Mal gucken. Was das für einer ist. Aber man sieht schon, er hat's ja auch gesagt, hier sind nur so Bestien. Diese Menschen, gibt's ja nicht so viele, wie in der anderen Neustadt. Ja, ich find's auch schön, dass man oft... Ah ja, du Schurkengesicht. Ah, da ist er, ne? Vorsicht! Du bist fast... Ich glaube, du hast noch... Tja. Tja. Okay. Er ist sehr schnell, er schießt. Nicht gut. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass wir da hin, das kommt zu ihm, wir müssen den ja wahrscheinlich irgendwie mal flatt machen, ne? Die Frage ist, ob... Ja, ich nehm an, er wirkt ja schon spät. In dem Gebiet wirkt das schon wie der Obermod, also sollte man ihn auch erledigen, ja. Aber ich weiß natürlich nicht, ob wir überhaupt dafür jetzt schon stark genug sind. Es gab ja zwischendurch gefühlt auch nochmal ein Areal, wo wir gar nicht so richtig durch sind. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Ich hab das Gefühl, wir haben noch einiges zu erforschen, das auf jeden Fall. Ja, ey, das wirkt auf jeden Fall schon ein bisschen groß. Ich geh aber auch gerne ruhig da hin, auch kein Problem, dass wir den jetzt angehen. Ich hab keine Hoffnung. Vielleicht kann man hier auch echt gut durchlaufen. Jetzt kennen wir den Weg. Hey, anloggen, mein Freund. Das. Hallo? So, Moment. Wir machen das nochmal richtig. Mein Name ist... Wilbeit. Wilbeit. Okay, so, schön. Man kann ja ganz gut verarmen. Ja, man muss halt die Seelen dann auch nur... Die Blue Echoes auch nach Hause bringen. Wir hätten viel mehr diese Dinger nutzen sollen, ey. Wird wiederbelebt, ohne Blue Echoes zu verlieren. Wir hätten jetzt schon Tausende, aber Tausende. Ja, zumindest... Also so zwei, drei Level-Ups hätten wir auf jeden Fall jetzt mehr. Das stimmt. Fuck. Alter, da müssen wir echt ein bisschen... In Zukunft einfach, ne? Das verkürzt natürlich auch die Spieldauer dann und macht uns stärker und besser und... Lieber ein paar mehr Level, als die extra Zeit investieren müssen. Scheiße, das war richtig schlecht. Da muss ich mir dir schön die Kohle wiederholen. Ins Gesicht. Gut, Fjord. Ich bin da rechts runter, weißt du? Ne, ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß es wieder. Danke für diese Anmerkung. Kann ich denn auch hier rechts runter? Guck mal, ich kann hier auch. Ja. Das ist wahrscheinlich... Ne, du bist nämlich die Treppe und ich will aber hier lang. Ja. Das war dieses eine Ding, wo ich dir ganz beim ersten Mal sage, hier kann man sich droppen lassen. Ah, dann brauchen wir das... Können wir das auch abhaken. Ja. Gut zu wissen. Das hatte ich tatsächlich noch so ein bisschen im Kopf. Irgendwo war da doch noch was. Jetzt habe ich zu spät gewechselt. Oder was? Ne. Ne, aber das ist... Das ist schon eine Abkürzung auch da runter, sich droppen zu lassen. Da kommst du direkt dann hier in und die beiden schießt dir jetzt auch tot. Wissen? Brauchst du einen machen, er macht das für dich. Ich weiß, aber es ist irgendwie ja... Es ist ja meine Jagd. Das ist doch halt auch Symbolcharakter. Scheiße. Zu ungeduldig, verdammter Simon. Huh. Das ist ein Großteil. Nein. Dass die mich immer treffen, ne. Man muss mehr rollen. Viel mehr rollen. Ich muss irgendwie echt reinkommen. Ärgert mich voll. Kommt er jetzt? Schießt er jetzt? Ein bisschen was von dem Drachen bei. Die man's holt auch. Ja. Ich wollte euch rein... Rauslocken wollte ich euch. Ich glaube, das ist die Stelle, an der ich vorbeigelaufen bin auch. Ach Gott, war das dumm. Sehr gut, die Wand. Ja, ich hab noch an die Wand geworfen. Ach so, noch einen zweiten hab ich gesehen. Ja, das ist so blöd. Okay, es war echt ein Fehler, so früh rauszugehen. Ich glaube, hier kann mich keiner kriegen, so. Hier kann mich keiner kriegen. Hier oben sind noch... Sind da noch welche? Ja, sind noch welche. Scheiße, man. Ich verkack gerade irgendwie die Steuerung. Jetzt bin ich auch noch lang. Will doch gar nicht lang. Die Tür geht nicht auf, ne? Geht's hier durch. Nee, da ist noch was zum Einsammeln, komm. Oh, Scheiße, hast du gesehen? Alter, so springt man. Sehr interessant. Das ist ja furchtbar. Ja, das... Das ist ja furchtbar. Der hat mich ja voll erwischt. Ich bin ja voll in die Falle gelaufen. Das ist halt echt voll die Falle. Shit! Ja, tut mir leid. Ich hätt's jetzt auch gerne gemacht, ne? Tut mir echt leid, Mann. Ich lauf da jetzt einfach durch. Ich probier das mal aus. Und wenn ich sterbe, wirst du direkt wieder dran. Ja, aber der geile Shit, der da eben rumliegt, den willst du doch auch haben. Wer weiß, was das ist, Mann. Da steht wahrscheinlich drauf, ha, ha. Ich mein, die... Die Items und so, die wir eingesammelt haben, allein die sind ja schon toll, ne? Wir haben eine Menge Blutsteinscherben gesammelt. Es lohnt sich schon, wo wir hier langgehen. Aber das ist gerade unnötig gewesen. Das ist fucking unnötig. Ich mach mal einen Run, wo ich's einfach probiere, durchzuführen. Ja, okay. Aber die sammeln sich an, ne? Die ganzen Gegner. Ja, ja, ich weiß. Aber ich will's nur mal probieren. Na gut. Aber ich versteh nicht den Drang, zum Endgegner jetzt schon direkt zu rennen. Ne, ach, ja. Wir wollen mal sehen, ob das überhaupt geht. Wo kann man sich hier nochmal droppen lassen? Da links, links. Hier war das, ne? Ja, genau. Du schleifst auf jeden Fall eine ordentliche Menge an Mist hinter dir her. Das ist gut. Alter, vielleicht killt er die jetzt alle für dich. Das wär der Hammer. Du kriegst schon die ersten Blutechos. Leider nur 170. Das wirkt schon wie ein einziges Chaos, wenn ich das mal so sagen darf. Ne, ist alles genauestens durchkalkuliert. Ach, ja, den. Ne. Ach, Mann. Wir müssen auch noch viel mehr kontern und alles. Wir machen das viel zu wenig. Ich seh das gerade bei dir. Schon sehr gut. Gebt mir sofort die Blutvieh, olle? So, und da bin ich jetzt da unten rechts lang. Ich lauf jetzt einfach straight durch. Ich try it out. It doesn't cost anything except maybe the life. Was jetzt not so much is it, then? So, guck mal. Komm mal zumindest mal schnell zu Heini McFly. Oh nein. Kann ich ihn nach unten treten irgendwie? Wie war das? Das ging mal, ja. Ja. Es sieht sehr lustig aus, muss ich sagen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Krieg ich Falling-Damage? Nee, ne? Ein bisschen. Zwei oder so hat er bekommen. Da musst du ihn einige Male runtertreten. Aber von hier oben? Jetzt? Nein, er kriegt keinen Falling-Damage. Dann gehen wir halt noch ein paar Schritte höher. Ja. Jetzt bleibt er aber hoffentlich da. Nee. Ganz sicher nicht. Der kann ja nicht jetzt noch nochmal kommen. Doch, scheinbar kommen sie nicht mehr. So, und jetzt krieg ich wahrscheinlich auf den Sack von diesem Halunken. Aber egal. Also zumindest, man kann durchlaufen. Diese Theorie ist soeben bestätigt worden. Das krieg ich auf den Sack. Echt? Der ist wesentlich schneller als ich. Ja, sehr gut reagiert. Jetzt schlagen. Oh Mann, das ist richtig gut. Energie, Energie. Der hat mich runtergekickt. Ja, aber der überlebt das. Warum? Kannst du jetzt... Du schießt ihn kaputt. Kannst du nicht das Ding jetzt nehmen? Ja, das war's. Ich hab ihn. Oh. Yes, Mann. Der hat aber wenig Punkte gegeben. Ja, krass. Ja, aber er ist jetzt endlich weg, dieser Lumpf. War das denn überhaupt ein Endgegner dann? Dann hast du ja wirklich einfach nur jetzt runter... Ich mein, die Schwerkraft hat... Ja, das hatte ich gehofft, dass ich ihn runterkrieg, ja. Das fand ich jetzt aber ein bisschen langweilig. Ja, ich fand's mega geil. Aber ich frag mich, ob da noch Items sind. Also der muss doch was Geiles droppen. Ja, geil. Ja, nice. Jetzt können wir nämlich den Weg weitergehen. Nice. I freu mi. I mog des. Dann geht's hier wieder runter. Und dann laufen wir den Weg weiter, den wir noch hatten. Die war nochmal schnell. Kreis vielleicht? Ja. Also ich hatte nämlich keine... Ich hatte keine Lust, dass es eine Taste gibt, wo er runterfällt und ich dann mich instantöte. Okay. Hier könnte ich mich droppen. Das war die Stelle, wo ich neulich langgelaufen bin. Genau. Und da geht's zurück. Da ist hier aber Sensor. Da wird man jetzt aber auch nicht mehr beschossen. Das ist das Gute. Das heißt, die könnte ich nur holen, aber es ist ja Quatsch. Jetzt da oben noch weiter. Ne, ich geh jetzt mal den anderen Weg hier. Lass mich jetzt hier mal droppen. Und wenn wir denn da hinkommen. Da bin ich letztes Mal lang, hab mich gedroppt. Und dann geht's aber hier doch auch noch irgendwo weiter, oder nicht? Ne. Oh, guck mal hier. Hier waren wir nämlich noch nicht. Oh, oh. Balancieren. Oh Gott. Das sind die Bücher, ne? Da geht's auf die andere Seite. Ach, scheiße. Da komm ich gar nicht wirklich rüber. Ich dachte, ich komm da rauf. Und man kann da oben weiter lang gehen. Okay, dann droppe ich mich da hinten. Ja? Was? Neu laden? Äh. Kannst du in den Chat nochmal fragen? Das ist lieb von dir, danke. Hä? Ach, das wollte ich doch auch nicht. Verstress dich, Idiot. Vier Molotows. Okay. Ähm. Okay, was ist denn das wieder für ein dober Bug? Da liegt auch noch was. Ach, von hier kommt man da dann hin. Guck mal einer an. Oh. 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 Okay, spawnen die Endlust oder was? Jetzt würde ich mal ein bisschen Energie holen. Du wirst nämlich gerade vergiftet. Vielleicht kannst du mal schnell die Entgiftung schnappen. Ja. Ja. Oh. Oh. Hm. Oh. 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 Was ist das für mich verscheißern? Schießt da noch einer auf mich? Schießt du das? Ja. Alter. Das reicht mir. Ey, what, what, wie viele denn? Das gibt's noch nicht. Es reicht aber irgendwann mal hier, ihr Lieben. Ja, schieß. Okay, aber das können wir auch machen, nachdem wir die nächste Laterne dann jetzt quasi haben. Weil die ist ja in der Nähe, dann können wir ja da wieder durchlaufen. Okay, dann müssen wir uns nur quasi dran erinnern und das wird ja hoffentlich dann da gleich noch liegen. Okay, jetzt wieder, ach, die kamen alle von hier, kann das sein, dass jetzt hier ein bisschen mehr Ruhe im Kabuff ist? Ja. Halt so aus. Ein bisschen Item. Jetzt müssen wir auch nochmal gleich checken, was die eigentlich machen. Okay, jetzt ist hier ein bisschen Ruhe, das ist gut. Was bist du? Äh. Wir haben gelernt, Sachen, die da hängen, kommen irgendwann auch als Gegner, ne? Das haben wir mit dem Werwolf direkt die erste Lektion. Ritualblut. Mhm. Ähm. 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 Bin ich doof? Hast du es umgesehen? Ne. Okay. Vielleicht ist es auch ein anderer. Vielleicht ist kein... Ja. Material für ein Ritual des Heiligen Kelches. Hä? Ja, ich muss doch irgendein Ritual mal machen irgendwann wahrscheinlich und das ist eine der Zutaten. Probier mal was. Schade. Wäre geil, wenn jetzt irgendwas passiert ist. Und hier hatte ich diesen Kampf, wo ich verreckten, weißt du noch? Wo sie mich umzingelt haben, die ganzen Typen. Das war hier. Ja, du bist ja am Altar vorbeigelaufen. Genau. Ich lass mich jetzt von Raben töten, oder was? Ne, ne, ne. Der lebt noch. Wir haben schon einige Blutsteinscherben. Wir können... Boah. Das sieht auch eher episch aus. Vlad, der Brenner. Ähm. Wir können gleich wieder Waffe upgraden auch. Wir haben uns, glaub ich, ziemlich viele Blutsteinscherben auch schon. Ich würd jetzt gerne mal so'n Homecoming-Stone-Laterne sehen. Und wir haben schon viel Weges... Strecke. Leiter... 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 Da... Vielleicht... Da ist mal unten... Vormann... Oh, ich dachte, das ist ein Nebeltor gerade. Wie er kämpft, das heißt, hier kommt gleich was. Ah. Junge, Junge. Da geht ne Treppe rauf. Ne, da kamen wir her. Oh, das ist ein dicker Wolf. Hm. Der ist schon ein bisschen gefährlicher, doch. Ich hoffe, es ist nur einer. Würde ich nicht erwarten. Aber wenn du in der Ecke hältst, dann geht das ja nicht. Hau doch! Mann! Bei dem Spiel wartest du nicht, Nils. Hau'n! 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 Mein Plan war eigentlich, dass ich ihn, ähm, eine ausfolt, ihm eine mit dem Revolver gebe. Da rechts ist glaube ich noch einer. Ja. Du hast völlig recht. Hatt' ich das andere Alten im Containus gesammelt? Ja. Ne, das hatt' ich noch nicht gesammelt. So, zwei Wege. Links, rechts, rechts. Ey, jetzt verzweigt sich das schon wieder so tausendfach. Oh, das ist ein großes Tor. Hm. Da ist ein Endpost Tor. Ich hoffe nicht. Ich hoffe eine Abkürzung oder sowas. Wir werden es gleich herausfinden. Ne. Es ist eine Abkürzung, aber von der anderen Seite. Hier sind die Tür. Ne. Die werden wahrscheinlich, das ist glaube ich, alle die so aussehen, gehen nicht auf. Oh, sieht das geil aus, einfach. Ist das einfach so geil. Na. Oh. 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 Du arschgesichtiges. Nils, ein Tipp, als jemand, der das jetzt beobachtet hat. Ja. R1, R1, L1, R1. Ist schon richtig. Aber danach musst du das dann wieder einklappen, weil das einfach zu lahm ist. Ja. Das ist so als Hauptwaffe einfach nicht funktionabel. Also R1, R1, L1, R1. Und dann nochmal L1. Wichtig ist eher, dass wenn du merkst, oh fuck, ich hab ihn ausgeklappt, musst du ihn sofort wieder einpacken. Weil dieses Ausholen, ich hab's ja auch gemerkt, das klappt einfach nicht. Das dauert zu lange, ja. Das ist, glaube ich, so gedacht auch. Ich glaube, das soll so sein, dass man immer mit dieser kleinen Klinge ... Ja. Ja. Ey, was für ein Resident Evil-Moment gerade. Ja. Ah! Ah, du ... Geburtiges ... Fälle in der Dunkelheit. Eine ... Aus dem kannst du dir so einen schönen Teppich machen. Ja, der stinkt bestimmt. Wie so ein Frucati. Ich hatte immer so ein Frucati. Die stinken schnell. Ne, okay. Oh! Das ist einfach mein Freund gewesen. Jetzt hackt der auch noch auf mir rum. Der Boden scheint mir hier sehr prägig. Wie ich immer wieder zurückzucke, wenn ich den so einen Geist sehe. Eine Zwischenstufe. Okay. Einer hoch. Äh ... Hier geht's einem unter die Treppe. Hier ist aber nix. Oh, zur Abwechslung. Geht mal eine Tür auf. Und nicht von der anderen Seite. Hier ist Sackgasse, ne? Irgendwo ... Ne, jetzt sieht man die Brücke von da. Ah! 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 Ich weiß, wo wir sind. Shit. Ist das da, wo ich denke, dass wir sind? Ja. Guck mal. Da ist doch dann der Endboss. Und jetzt ist die ... Warte, ist das hier. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt ins Menü gehen, der speichert doch ... Wir sind doch an der Stelle, Simon, oder? Wenn wir jetzt quasi das Spiel verlassen und wieder reingehen. Keine Ahnung. Ich würde davon ausgehen, dass wenn er an der Laterne startet, aber ... Aber kann ... äh ... Ich kann mich erinnern, dass es bei Dark Souls ... Kannst du außen anmachen. Einfach so. Und dann ist man dann nämlich an der Stelle ... Timo, kannst du einmal bitte den Chat fragen? Ja. Weil dann ... Dann würde ich jetzt quasi da hochgehen, dann einmal aus dem Menü neu starten. Ach shit, oder ist das ... Doch, hier ist das doch. Ne. Warte mal. Ist hier gar nicht. Du bist am Anfang. Oh, jetzt komme ich da nicht mehr hoch! Du bist da, wo ich auch schon war. Am Anfang. Ja, aber ich komme hier nicht wieder hoch. Ich bin hier auch, dass ich gerade runtergeplumpst. Wie ein Doof. Ja, aber ... Wenn du da bist, wo ich doch auch schon war, dann kannst du auch wieder runterkommen. Ja, das stimmt. Aber ich kann hier auch zur Lampe und Level abmachen. Das ist wahrscheinlich noch am besten jetzt erst mal. Das solltest du als erstes machen, ja. Und dann können wir das eh ... So, und ich finde dann, lass uns tauschen. Dann spielst du jetzt weiter. Sehr gerne. Und ... Dann kannst du dir ... Also, was du hast ja gesehen, kann da echt relativ gut durchlaufen. Aber wir haben da jetzt ja auch dieses Kürzel, ne? Das müsste ja dann da sein, wo du langgelaufen bist, ne? Also, du hast ja einmal diese Runde gedreht am ... Ja, aber ich weiß es nicht, wie wir da jetzt hinkommen. Aber ... Wenn der Ausgang derselbe ist, wirst du schon ... Wahrscheinlich hast du gerade eine Tür aufgemacht. Ja, das muss ja ein Kürzel sein. Okay ... Äh ... Du eins, ich eins. Welches möchtest du? Ich nehm ... Ausdauer. Weil ich finde, dass wir da zu wenig haben. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ach, scheiße. Wird ja ganz schön teuer, langsam. Na gut, also doch nicht du eins, ich ... Doch! Wir brennen beide. Ach, zwei hin. Geil. Dann mach ich mal noch ein bisschen Vitalität. Ich finde das auch ... Ja? Ja, geil. Das heißt, dann kann man ... Das ist gut. So. Und das. Dann gehst du jetzt raus. Ach ne, wir sind ja ... Stimmt, jetzt ist ja zu spät. Aber wir gehen ja gleich wieder hin. Genau, jetzt geh ich ... Willst du das dann jetzt schnell machen? Aus? An? Ja, ich geb dir jetzt das Pad. Nein, aber wollen wir nicht schnell neu laden, damit das Item da ist? Wenn wir jetzt gleich ... Wir kommen da sicher noch mal vorbei. Ja. Ich kann nur einmal hier sogar noch das jetzt verstärken. Ja, immer rein damit. Geil. Acht. Glucksteinscher. Das hat sich gelohnt. Nur stärker. Hat sich mega gelohnt, was wir da reingepackt haben. Die Pistole können wir auch noch mal verbessern. Ja, schön. Wobei ich überhaupt nicht weiß, ob das irgendwie nötig ist, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, allein dadurch, dass ... Sie machen ja auch Schaden und dann aber ... Vielleicht ist die Stun-Wirkung besser dann. Länger betreut oder so. Ich bin mir sicher, dass es da schon einen Grund gibt, warum man das upgraden kann. So, dann können wir jetzt noch irgendwas Geiles kaufen. Mhm. Ähm, ich finde ja Molotows immer ganz gut. Molotows und diese Zeichen sind meine Highlights. Ach, was ist das? Übrigens, die wären teurer, ne? Merkste? Das ist super teurer. Also, die vier, wenn wir die vier gekauft haben, dann wären sie wahrscheinlich wieder teurer. Ah, ich finde die ... Ach, ich glaube, die Mollos ... Das ist aber interessant. Ich finde die Mollos ganz gut. Das ist wahrscheinlich, damit man nicht eine ... eine Sache abusen kann. Oder, dass man jetzt nicht nur Molotows nimmt, weil die dann irgendwann so teuer werden, dass man doch besser in Level investieren könnte. Ja, beziehungsweise diese Rückkehrdinger, die sind ja auch super krass zum Farmen. Das stimmt, ja. Okay. Ja, jetzt einmal rausgehen aus dem Spiel neu starten. Aus dem ganzen Spieler, okay. Ach so, ja, geil. Dann machen wir das jetzt. Das war Alt-Jarnam, ja? Ja. Jarnam. Jarnam. Sag mal, wie lang spielen wir eigentlich noch? Ich frag mich nur ... Weil hier ... 15 Minuten haben wir noch ... Also noch 45 Minuten? Oder haben wir heute einen längeren Slot? Ich hab nur kein Zeitgefühl. Ach, weil hier steht bis Werbung. Deswegen, okay, also nur noch ... Fuck, da muss ich mich ja effektiv jetzt ... Wir haben kein Ziel, aber effektiv bei allen, dass wir irgendwo eine Lampe finden. Zumindest ... Ich möchte schon einen Fortschritt, würde ich schon gerne heute haben. Ja. Also, neben dem ... Du hast ja Fortschritt gemacht. Ich hätte gern auch noch was für mich. Ähm ... Ich, du, wir ... Doch, mir ist es wichtig. Nein. Ego, Ego-Morn braucht das. Der Mann, der die letzten Endbosse zerschmettert hat ... Der will mehr. Der will mehr. Der will noch mehr Endbosse. Ist doch klar. Ähm ... Ah, wie kann ich den eigentlich killen? Ich will den jetzt haben. Ja. Töt ihn mal. Gib ihn mal. Der ist garantiert wichtig. Sonst wird der dich die ganze Zeit abhauen. Und? Sie sind Spionen. Nein! Oh, zwei Blutsteinscherben. War gar nicht so schlecht. Okay, jetzt hat er uns hier aufs Dach gelockt. Wie kommen wir jetzt zu deinem ... Ich geh hier noch mal runter. Ja. Äh ... Shortcut. Sag, wenn du was wieder erkennst, ne? Wie diese Ecke, wo die Leiter war. Ja. Da waren wir schon auf jeden Fall eigentlich. Äh ... Gehst du diesen Weg dann da zurück. Da war das Item, da in diesem Innenhof. Ach, hier runter. Und ich glaub dann ... Ah, siehst du, hier! Ja, da ist das Eisentor. Hammer. Das ist hier super. Gingst du hoch oder runter? Ähm ... Hoch. Gehen wir weiter hoch. Gehen wir weiter hoch. Ah, gut, 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 gut. Hä? Feuerpapier. Das müssen wir auch mal mehr benutzen. Äh ... Okay, nee, nee, nee. Warte mal, warte mal. Da muss natürlich jetzt wieder runter. Ach komm. Das hätt' mir jetzt aber echt nix abziehen müssen. Oder war das ... Ne, da kamen wir her. Das stimmt, aber vielleicht ist ja oben nichts. Vielleicht ist der Weg einfach nur ... Das hier. Sind hoch. Ja, ja, ja. Und jetzt ... Da muss die Leiter gleich sein. Da jetzt. Noch ein Item. Und dann ... Hoch. Gehen wir weiter hoch, bitte. Aber wohin willst du? Zum Endboss. Aber ... Woher willst du denn wissen, dass hier einer ist? Das ist einfach nur ein Turm. Nein, nicht diese ... Also nicht der Endboss, sondern ... Ach, du willst zu dem ... Ich verstehe, ja. Dieser Zwischenboss. Okay. Ist jetzt Sensor. Da meintest du ... Das ist er. Und dann meintest du ... Ja, und da muss ... Leiter sein gleich. Genau. Und da. Aber eben gerade. Waren wir doch dann auch gar nicht da, wo du dachtest, dass wir waren. Ja. Aber jetzt gehen wir richtig? Okay. Ne, du hast auch recht. Also ich dachte, wir gehen da hoch. Aber ... Lass das noch mal angucken. Bleib ich ... Willst du spielen? Ne, überhaupt nicht. Nur ich ... Das sieht halt ... Dann ist das halt ein anderer Turm. Aber ich dachte, das wär der. Der sieht halt genauso aus. Und ich musste ja auch Zweileit dann hoch. Aber dann ... Da bin ich direkt nämlich runtergegangen, ohne mich einmal umzugucken. Ob's da ... Ne, okay. Alles klar. Ja, okay. Ne, das ist dann der andere Turm. Schade. Ich dachte, das wär der. Oh ... Das ist natürlich Schott. Das ist so Schott. So oder so ne Abkürzung. Abkürzungen sind immer gut. Okay, oben war nix. Dann geh ich jetzt runter. Was ich auch sehr schön finde, du hast ja gesagt, dass hier in dem ... Dass hier die Bestien alles überrannt haben. Und das sieht man auch in den Leveln. Ähm, hier und da immer die Eingänge sind so ... Wurden so versucht zu blockieren. Und man sieht aber, wie sie so überrannt werden. Hier. Ja, ja, ja. Das find ich total geil. Das fand ich schon am Anfang geil. Weil das ist nämlich genau der Unterschied. Diese Tür trennt quasi das eine ... Die eine ... Der Stadtteil, in dem sie alle noch einigermaßen leben, von diesem Stadtteil. Mhm. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Bis die halt hier durchgekommen sind. Ja, ja. Irgendwie so sutil und gefällt mir voll gut. Ja, ja, super. Ähm, okay, jetzt ... Ja, warte, ist das ne rote Lampe? Rechts? Nee. Du meinst so ne Laberlampe, oder? Ja, ist das glaube ich leider nicht. Nee, ist ja eindeutig nicht rot. Okay, ich lauf hier einfach mal wild rum. Ja, jetzt kommen nämlich diese Wölfe. Kommt da jetzt was von hinten? Ich hoffe nicht. Normalerweise müsstest du zurückgehen, ne? Sehr gut. Warte die ganze Zeit, dass das von hinten kommt. Du meinst, ich soll zurückgehen? Ja, ich mein ... Ja, wir waren ja schon bei diesem Typen und da bin ich ja diesen Weg gegangen. Ne? Weißt du noch? Übrigens, diese Tür da gerade, die du meintest, das ist die Tür, aus der der Wolf kam. Da ist der der Wolf gesprungen. Und du hast das Alter langlassen. Das war, also ich find deine Theorie mega geil, aber in dem Fall war's tatsächlich dieser Resonable Moment. Hast recht, ja. Nein, aber es gibt, als du vorhin reingegangen bist woanders, ne, gab's solche Türen auch. Das ist zumindest meine Theorie. Ich find's auch schön. Ich mag's ja immer, wenn die Umgebung die Story erzählt. Ganz kurz, den haben wir noch nicht erkundet. Der Weg ist neu. Da waren wir noch nicht. Und über die Brücke geht's zurück zu dem Endboss, wo das Item liegt. Okay, also zum Endboss, ne? Nee, also ich wollte nur sagen, das macht, worauf du Bock hast. Oh, ein neues Item. Falschen Button gedrückt. Ey, übrigens, wir sind so stark, ne? Siehst du ja bei dem Wolf hier. Wir sind so krass stark in der Weile. Hat der Items? Ja, hat er. Nee, Hinweise. Nee, immer noch da. Blutsteinscherbe! Die ist wichtig, ja. Die ist wichtig. Da siehst du, die kriechen, äh, kreischen die ganze Zeit. Ach nee. Sind sie gar nicht, ne? Sagen so aus wie Gegner. Aber noch ein Wolf, alter ey. Was ist denn hier los? Epidemie. Der hat ja, jeder von denen hat so ne geile Schere. Da kann man ja richtig geil farmen. Gut, okay. Da ist hier noch einer. Noch einer. Mann, wie viele? Spawn hier irgendwo? Oh, wir können gleich leveln. Ey! Die kleinen. Ach, das sind die, ne? Es ist so ein bisschen wie ein Button-Masher teilweise. Aber er verzeiht einem so ein, zwei Fehlschläge, aber mehr eben auch nicht. Mhm. Wohingegen Dark Souls-Einschlag oft schon der falsche sein kann, wenn du... Da ist so ne Tür. Hm? Und wie du grad meintest, vielleicht hinter dir. Ähm. Oh. Es wird auf dem Boden, oder? Ach so, das... Ja, ja, genau. Aber das ist hier... Achte mal wirklich drauf. Alle Gebäude sind irgendwie... Haben eingerannte Türen. Okay, hier, genau. Hier meintest du, hier wär ne Nebelwand. Das heißt, wir sind hier an der richtigen Stelle, oder? Da sind wir auf jeden Fall lang gelaufen, meine ich, ja. Und da muss man ja gleich wieder hochfahren. Würde ich schon gerne noch einsammeln, das Item. Das ist bestimmt wichtig. Der smarteste Weg ist hier grad, aber auf jeden Fall müsste er da hinführen. Ja, jetzt... Ja, ach, ja, 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 ja. Da war... Das ist die Geschichte, wo ich gestorben bin beim ersten Mal. Hier ist der... Hier ist der Tempel. Und, äh, das... Wenn die... Wenn die jetzt alle gerespawned sind, dann sind da ganz schön viele. Ja. Also sollte ich da vielleicht besser gar nicht hin. Und hier ist nichts, ne? Hier hast du... Nee, da sind nur die Rahmen, da war ein Item. Soll ich die holen? Für die Punkte? Wie viel Bock hast. Na, eigentlich brauchen wir den nicht. Das ist sogar ein bisschen gefährlich, ne? Aber... Die sind halt nervig, die Bastarde. Richtig nervig. Wenn die einmal so springen oder einem diesen Fünferhack machen... Nack, 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 nack! 64 ist auch nicht viel. Dann also jetzt zurück. Und gucken, dass wir es vielleicht schaffen. Dann müsste man hoch halt kommen. Irgendwo kommt man... Da hinten ist die Leiter... Äh, äh, Treppe dahinten rechts. Irgendwo kommt man wieder hoch. Da sollte ich auch hin, oder? Ja, da sind auch einige. Sprechen sie alle. Guck mal, was die alle machen hier. Beten. Soll ich den Priester erst mal erwischen, ne? Also, es wird eine lange Schlacht, ne? Ja. Das warten wir doch mal ab, ne? Wie lange die Schlacht für mich wird. Das sind halt echt viele, weil ich... Ja, ja. Sehr gut. Ich muss weg! Ja, was meinst du? Heile ich mal gleich. Ah, Dreieck. Sehr gut. Sehr gut, das ist sehr schön. Ja, aber es war... Es war totales Chaos auf jeden Fall. Ja. Es hätte auch mega easy schief gehen können. Echt viele. Oh, du bist fast tot. Warum geht das immer so schnell irgendwie? Ich hab... Ach, bin ich verletzt? Deswegen, siehste, ich krieg irgendeine... Gifte, der muss mal diese Pillen schlucken. Es reicht nicht. Die Reichweite hat einfach nicht gereicht. So. Pillen schlucken. Äh, Wechsel... Gegen Gift. ... brauch ich nicht mehr jetzt. Doch, du verlierst Leben die ganze Zeit. Nee, ich bin durch. Jetzt ist sie weg. Ah ja, okay, jetzt ist sie weg. Gut. Oh man, die Punkte müssen wir alle nach Hause holen, Nils. Das ist wieder ein Level Up jetzt. Du hast das Tor aufgemacht? Ach, hatte ich das probiert? Ist das überhaupt ein Tor? Nee, ist kein Tor. Könnte eins sein. Wir probieren's mal. Das war schön. Ich finde, man gibt ihm so schöne Watschen immer. Pam, pam, pam. Kein Tor. Der Tor, der stand davor. Aha. So, und nun? Da haben wir die Leider links. Äh, die Treppe links. Vielleicht geht die da hoch. Okay, kurz nochmal schauen. Hier ist noch... Nee. Irgendwann müssen wir ja wieder hinkommen. Ah, wir räumen das Feld von hinten auf. Sechs Minuten haben wir noch. Easy. Easy peasy. Ach, 1000 Seelen haben wir auch. Da war das Item. Da ist noch der Tür. Besser jetzt, oder? Bevor er uns von hinten irgendwie... leider erwischt worden. Ja, ist ja gut. Das hätt's nicht gebraucht. Bam, 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 bam. Hoffentlich kommen wir jetzt dann auch ganz hoch. Äh... Oh, einer ist hinter mir, ne? Kann man eigentlich hier von hinten auch so... Backstabbing? Ah, okay. Es geht bei denen ab. Du musst auch manchmal, ähm, dran denken, dass die Items droppen, ne? Weil du mal sehr schnell... Ich weiß jetzt nicht, ob der welche hat, aber du läufst immer sehr schnell weg. Ich, äh, ja, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, wie du weißt, aber ich achte in Zukunft mehr drauf. Jetzt zum Beispiel. Ja. Hier geht's rüber zu diesem Raum, da wollen wir nicht lang, ne? Wir wollen hier lang, ne? Der große Saal. Der Qual. War das die? Ja. Ist die das? Ja, ja, ich glaube. Jetzt bin ich mal... Bin ich mal gespannt. Hoffentlich haut das alles hin. Und dann ist die Frage, wie... Wie bringen wir die Seelen? Mach mal mit so einem Item, ne? Wollten wir eh mal benutzen. Ja, wenn du jetzt, wenn du sie wegbringen willst, ja. Ähm. Ich würde ungern jetzt noch sterben. Ja. Es wäre natürlich auch toll, sich jetzt noch hinzukämpfen am Ende. Haben wir so 12.000 noch oder so? Egal, erst mal. Weil du hast da ganz schön viel Wegstrecke auch schon... ... unter mich gebracht. So, also ich weiß gar nicht, wo bin ich denn nochmal gestorben davor? Nee, ich bin gar nicht gestorben. Ich hab dir das Pet gegeben. Ich bin da gar nicht gestorben. Ja, du bist gar nicht gestorben. Ich hab die ganze Zeit überlegt. Ich bin ja gar nicht gestorben. Ah, da ist das Item. Da ist das Item. Soll, was ist es denn nun? Was ist das jetzt? Pulverfassjägerabzeichen. Okay, ist das was mega geiles? Das gibt uns irgendwas Neues wieder, oder was? Okay, da ist es schon mal nicht. Da. Die Vorliebe der Pulverfässer für komplexe Formgebung und viel Kawumm. Gipfel den Waffen, die sich von der Tradition erinnern. Okay, die verstommene Pulverfässer. Neue Waffe. Dann krieg ich damit vielleicht jetzt neue Waffen, oder? Ja. Das wird wohl so sein. Available. Geil. Das ist doch toll. Ja, geil. Dann können wir jetzt wieder zurück. Jetzt hast du quasi zwei Möglichkeiten entweder. Wir haben zwei Minuten 55. Ich kann ja auch noch schnell noch zurücklaufen eigentlich, oder? In der Zeit. Nein. Naja, wir sind aber von dem anderen Weg gekommen, ne? Genau. Nur wenn ich jetzt den Weg, den wir gerade begonnen haben, weitergehe, komm ich dann nicht hier, wenn ich jetzt wieder runtergehe und dann die andere Seite. Ja, dann kommst du irgendwann wieder an dieses Abkürz... Ne, du kommst du... Ich hab wirklich ein bisschen keine Orientierung gerade jetzt. Wenn du den Weg komplett zurückläufst, läufst du bis zu der Abkürzung. Ähm, und dann kannst du dich da wieder zur Laterne droppen lassen. Das ist natürlich ein recht weiter Weg. Oh, ich meinte aber diesen Weg jetzt. Genau. Wo er... Oh! Ne. Das ist... Da sind die Gegner noch, ne? Das musst du einfach nur wissen. Ja. Okay. Und da oben sind wir da schon mal hochgegangen. Der Ballerheini ist aber nicht mehr da. Das sind wir noch nicht hoch. Ne, wir... Krall mal gucken. Was? Ja. Der ist anders. Der hatte dich plattgemacht. Das ist ein anderer. Ja, ja, dieses Ebenbild-Ding. Scheiße. Der sah so aus wie dieses... Wie komm ich weg? Hilfe, Nils. Wie komm ich weg? Da? Ja, aber der ist hinter mir. Wie komm ich jetzt? Wie komm ich jetzt? Ich hab jetzt auch genug. Hä? Siehst du das irgendwo? Also, du kannst halt theoretisch, weil du alle Gegner plattgemacht hast, auch durchlaufen. Das dauert eine Minute. Schätz ich. Oder zwei. Wenn du es nicht... Also, es ist mir total egal, wie du willst. Du sagst es nur, ne? Du erwähnst es nur, dass es eine smartere Lösung gibt, als das, was ich gerade machen will. Aber es liegt nah an mir. Simon, du kannst ja das Dumme wählen. Du kannst ja dumm sein, wenn du willst. Ich sag dir nur... Es geht auch klüger. Ich wollte dir lediglich einen alternativen Vorschlag machen. Ganz kurz. Wir haben nur noch eine Minute, um uns zu streiten. Ja. Wir müssen jetzt... Du entscheidest Nils. Du entscheidest Nils. So. Wenn einer hier zuguckt, glaube ich, kann er bestätigen, dass du entscheidest. Und es ist okay. Jetzt. I feel you. I feel you. So, wir gehen jetzt schön zu der Lampe. Die machen wir an. Hast du einen Wunsch? Machen wir irgendwas? Ja, wir werden jetzt noch mehr Ausdauer haben. Ich fand, das war eine gute Wahlausdauer. Und ich find, Leben... Leben! Ich find, die Waffe ist stark genug. Wir hauen gut rein. Es fehlt oft so an den... Man muss auch mal was aushalten können. Ein, zwei Schläge auch mal aushalten können. Ich glaub, daran könnte es hapern. Ein, zwei Schläge auch was aushalten können? Ja, also, man muss auch mal was wegstecken können. Aber das ist ja dann Leben. Genau, das mein ich ja. Also, ich find, im Moment schlagen wir gut zu. Wegstecken und Ausdauer... Find beides gleich wichtig. Energie und Ausdauer. Ja. Dann nimm mal von beidem ein. Ist doch cool, ne? Ja? Wir brauchen eh beides. Von daher ist das, glaub ich... Ja, nur ich denke, jetzt mal stark sind wir. Das und das. Oh, das haut aber nicht hin, oder? Doch. Zwei. Geil, Mann! Ah! Jetzt können wir noch mal ubleveln. Oder gucken, ob wir unsere Waffe upgraden können mit dem Geld. Ja, machen wir es. Weil wir haben jetzt ja ein paar von diesen Blutechos... Nee, was? Wie heißen die? Blutscherben oder so ähnlich eingesammelt. Und wir kriegen ja eh... Jetzt haben wir dieses neue Item. Da können wir auch irgendwas Neues vielleicht haben. Äh, so. Hier haben wir... Oh, wollen wir die mal? Willst du die Jägeraxt mal aufdotzen? Wir haben es jetzt nicht mehr so oft benutzt. Na, aber du magst die. Und die ist gut. Oder willst du nicht? Nee, ich mein, ich hab zuletzt auch jetzt immer mit dem Hackeball viel gespielt, muss ich sagen. Von daher können wir uns auch meinetwegen erst mal drauf konzentrieren. Wir können auch noch warten, bis wir eine andere Waffe kriegen. Und die dann direkt hochdotzen. Warte, geh noch mal nach rechts? Achso, das ist die Fackel. Ja, gut. Ja, ich mein, eben. Deswegen können wir uns das vielleicht sparen. Und vielleicht können wir die neue Waffe kaufen. Ich weiß es nicht. Du willst, äh... Ich wollt einfach mal checken. Wo könnte man denn... Was ist, äh... Ob's jetzt neue Optionen gibt? Können wir nicht hier was? Oh, hier gucken wir. Ja. Aber das sind ja alles dieselben. Boah, haben wir da viele von. Schau mal. Senkt Ausdauerkosten. Geladener An... Physischer Angriff. Geladener Angriff plus 09. Ja, okay. Das haben wir verstanden. Das werden wir beim nächsten Mal besser machen. Können wir hier auch noch was reinhauen? Guck mal. Ja, so können wir das machen. Entschuldigung, wenn ich kurz noch eine Sache mache. Die Jägerachse... Ach, die hat auch schon. Okay. Wo kaufen wir die Waffen? Ich dachte, da gibt's drei Slots. Hab ich gedacht, man kann da drei rauf machen. Oder was ist das? Äh... Wenn dann bei den Hein Mücks die da unten ihren Shop haben. Ja? Verkauft die nicht der alte Sack oder so? Ich... Entschuldigung, der... Der Mann im Rentenalter. I don't know. I don't know. Und da Weapons? Wegen Speer. Ist der neu? Den haben wir schon mal verkauft, deswegen hat der die jetzt. Da, warte mal, da war's doch. Repetierpistole. Das ist 3000. Die ist neu. Okay, dann verkaufen wir was. So, ganz schnell. Was können wir verkaufen? Aber brauchen wir... Also, ich frage jetzt, ob die überhaupt geil haben. Die holen wir uns mal. Willst du nicht? Doch, klar. Komm, dann lass warten. Lass uns jetzt warten. Wir haben jetzt im Grunde alles eigentlich erstmal so, was wir brauchen. Hier kaufen wir noch Blut für uns vom Rest. Äh, und schon sind wir happy. Mann, Mann, Mann. Das war ne gute Runde. Ja, war doch schön. Du hast schön den Jägertypen da gekillt. Den Sniper-Dude. Es kann nur einen Jerome-Rolli-Mode wieder geben, ne? Genau. Ich kämpfte bis aufs Blut gegen den Sniper-Dude. Und es lief gut. Jetzt kann man vielleicht mal... Kannst du Marco... Kannst du mal als... Als Titel für das Video. Oder so. Ja, genau. Apropos, äh... Marco. Marco spielt mit Florentin ja immer Rage of Empires. Und dann hat Florentin gesagt, ich spiel noch ein anderes Echtzeit-Strategie-Spiel. Das ist, äh, World of... Äh, World of Warcraft hätte ich beinahe gesagt. Das ist World of Warcraft 3. Ich erinnere mich. Und ich glaube, dass wir das spielen. Hier auf dem Sender Live. Und das seht ihr jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns sehr, dass wir... Wir machen jetzt regelmäßiger weiter. Und das wird ganz toll. Ich empfehle mich. Bis zum nächsten Mal bei Bloodborne. Tschüss.